Logs ist der Slender. Ich bin mal weg. Hi Leute. Wie kann ich die Taschenlampe einschalten? Linke Maustaste. Mit F? Ha! Fick dich, Kaden! Was? Hä? Ich bin doch gar nicht der Slenderman. Also machen wir es jetzt schweigen, sobald einer tot ist? Dreh die... Ja. Kaden, dreh die mal um, bitte. Ja. Bin ein Errorzeichen bei dir? Nein. Was bin ich? Du bist der Standardtyp hier. Was bin ich? Äh, Jellos Portal. Cool. Das zeigt trotzdem an. Die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht, so zu laufen. Weil Logs kann sich nur materialisieren, wenn keiner ihn anschaut. Oh. Das ist aber langweilig. Nein, scheiße. Ich weiß nämlich nicht, wohin ich laufe. Nein, das ist genial. Oh man. Ich weiß aber nicht, wohin ich laufe. Ja, ich weiß, wohin du laufst. Wir sind auf einer Lichtung. Schön. Ihr müsst das umdrehen. Warte mal, da links zu dem Haus. Geh rüber. Ja, genau da. Schau mal, wir sind wieder beim Anfang. Super. Vielleicht ist da irgendwas in dem Haus drinnen? Na toll. Komm mal mit. Der jetzt ist schwachsinn. Du müsst das Haus umdrehen. Ich hab Angst. Ich hab auch Angst. Da ist eine. Da ist eine. Komm her. Ich kann nicht das nehmen. E. Ich weiß, wenn da steht, dass ich connecte, ja. Das hat nicht funktioniert. Du musst voll... Siehst du rechts unten? 1 von 8 jetzt? Oh, warte mal kurz. Logs, jetzt mich bitte nicht nehmen. Ich muss kurz mein Tablet wieder anschalten. Wenn ich den Chat sehen kann. Er könnte uns eigentlich gar nicht, äh, was tun. Weil ich schau dich an und du schaust mich an. Von dem her. Achso, okay. So, jetzt kann ich wieder... Warum bist denn... Vielleicht ist das der Rico 96. Ist Rico 96 vom Chat, äh, vom TL, äh, von uns, oder? Äh, das ist... Gerade wo bist du hin? Da. Ich bin doch bei dir. Ich hab mich kein Stück bewegt. Ja, die Batterie ist gerade ausgefallen. Ja, öfters mal an- und ausmachen. Äh, aus und an, nach so. Kann man einem im Chat sagen, ob er Rico 96 ist? Was heißt eigentlich dieses... Dieses... Keine Ahnung. Was heißt eigentlich dieses Hämmern im... Im... Was man da so hört. Das ist einfach bloß atmosphärisch. Da ist er! In mir! Da ist Try, Logs. Scheiße, er hat uns jetzt natürlich durcheinander gebracht. Da. Na toll. Hi. Versuchen wir uns das irgendwie zu überlisten, indem man von der Seite kommt. Hinter uns ist der Zaun. Warte mal, warte mal. Eigentlich müsstet ihr die ganze Zeit so laufen, dass der Rücken von euch am Zaun ist, dass ihr einfach nur in die Mitte gucken könnt. Das wäre auch was, aber dann können wir hier was finden. Ja, aber dann kann er uns sicher links und rechts von uns materialisieren. Ja, zu dritt geht's. Zu dritt ist nichts, wir stellen uns zu... Rechts neben mir! Rechts neben mir! Rechts neben mir! Scheiße! Ah, links neben mir! Wo ist er, wo ist er? 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 Warte mal, kann das jetzt auch auf den Bäumen drauf sein? Ich glaube nicht. Naja, wo soll's denn sonst drauf sein? Es gibt ja mehrere Strukturen, das ist ja da... Sattol, mein Licht ist grad ausgegangen. Rechtshilfe! Alter, wie machst du das? Du darfst da gar nicht sein. Du kannst nicht mehr so kommen. Kann ich, wenn ich schon vorher materialisiert bin und einfach in ein Blickfeld gehe. Du darfst dich doch gar nicht bewegen. Doch. Nur wenn mich jemand direkt anguckt, dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Was? Bleib stehen! Warum? Bist du? Ich bin weg! Ich bin halb tot! Achso, ist dein Licht aus? Achso. Sag das doch. Weil mir seht ja dein Licht nicht. Das ist voll gemein eigentlich. Deswegen sieht man auch nicht, wenn bei einem anderen das Licht ausgeht. Dahinten ist ein grünes Licht. Und was macht das? Gerade über die Lichtung. Ah, ich kann doch sogar rückt jetzt sprinten. Nein! Links neben uns! Oh! Da ist doch jemand! Da ist ja noch 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 jemand! Wer ist das? Weiß nicht. Ich sehe hier niemanden. Dann ist es nicht Sota. WTF? Wer schreibt da? Ich meine! Wer hat da gerade geschrieben? Desaster? Nein! Desaster ist tot! Ich komme um euch zu ohne! Nein! Das ist aber echt cool mit dem Schweigen. Weil du musst mir erstmal rausfinden, was ist jetzt eigentlich passiert. Also du fragst einfach einmal komplett rum. Jeder der nicht antwortet ist tot. Richtig! So! Du startest und sagst... Okay Leute! Wir gehen nach hin! Und niemand an! Da schlendert er! Der Schlenderman! Niemand! Der Schlenderman! Guck guck! Da schlendert er entlang! Was war der Schlenderman? Jetzt hör mal auf von dem Scheiß! Ich sehe nichts mehr! Es vibriert! Was war der Schlenderman? Alter! Der Schlenderman! Der Schlenderman! Wie inwiefern ziehe ich... Bist du immer noch bei mir in der Nähe, oder? Weiß, war aber die ganze Zeit. Ich hab gedacht, das war aber nur, wenn das Ninn am Ende noch in der Nähe ist. Irgendwas sich verschrittelt. Boah, helfe. Ich bin. Alter, Alox, bist du das? Irgendwas ist hinter mir. Hilfe. Boah. Alter, jetzt wüsstest du aber wissen. Du bist doch immer noch da. Von der Ries gleich low. Nein, nein, nein. Riku spricht gerade. Ich hör ihn aber nicht, weil ich das ausgestellt hab. Tschüss, scheiße, nein. Oh Gott, nein. Nein, fuck. Wer ist das? Puh. Ich seh nix mehr. Low Forest, ja. Wie denn. Ich weiß nicht mal, ob ich rennen kann, weil alles in der Arbeit. Ich kann die Geschwindigkeit nicht unterscheiden. Was? Wo? Da. Hi. Bist du das? Sota? Okay, ich bin gerade. Ich ach so, dass vielleicht ist sie gemutet. Ja, sie hat sich gemutet gerade. Okay. Bist du immer noch hinter mir noch? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt mal ehrlich, bist du immer noch bei mir, weil ich will ja wissen, ob das, woher das war, wann kommt. Ist das generell, wenn die Bittery dead ist? Oder so gut wie dead? Ach so, okay. Super. Ich hab gedacht, du regenerierst dich wieder. Ich fände sie schon weg. Ach so. Na super, hast du toll gemacht, Lox. Wo kommst du du gerade her? Ich hab gedacht, die Bittery was nicht weinen. Bein! 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 Ich weiß, dass du... Nein! Bein! Ich bin auf! Was? Nein, nein, nein! Geh weg! Wenn das so leicht ist! Alles gut! Ich bin auf! 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 Jetzt ist er tot! Ich bin auf! Ich bin auf! so übermächtig.